Sobald nun wieder Frieden ist, möchte ich, dass dieser Stoff unter den Arbeitern aufgeteilt wird. Zweieinhalb Meter für jeden. Außerdem soll jeder eine Flasche Wodka bekommen. Die werden ihn nicht trinken, sie kennen seinen Tauschwert. Entsprechendes gilt für diese Ägyptsee-Zigaretten, die wir organisiert hatten. Es wird geschehen, alles genau, wie Sie es möchten. Wir haben einen Brief aufgesetzt, versucht alles zu erklären. Für den Fall, dass Sie verhaftet werden. Jeder Arbeiter hat ihn unterschrieben. Danke. Das ist Hebräisch aus dem Talmud. Es heißt, wer nur ein einziges Leben rettet, rettet die ganze Welt. Ich hätte mehr Menschen rausbekommen müssen. Ich hätte mehr Menschen retten können. Ich weiß nicht. Aber wenn ich nur... Ich hätte viel mehr machen müssen. Oskar, sehen Sie, da stehen 1100 Menschen, die überlebt haben, was sie nur Ihnen zu verdanken haben. Wenn ich bloß noch mehr verdient hätte. Ich habe so viel Geld zum Fenster rausgeworfen. Das können Sie sich nicht vorstellen. Wenn ich doch nur... Es werden neue Generationen entstehen, wegen allem, was Sie getan haben. Ich habe aber nicht genug getan. Sie haben so viel getan. Dieser Wagen. Goethe hätte ihn mir abgekauft. Warum habe ich den Wagen behalten? Zehn Menschenleben wären das. Zehn Menschen. Zehn Menschen mehr. Dieses Abzeichen. Zwei Menschenleben. Es ist aus Gold. Zwei Menschenleben mehr. Er hätte mir zwei dafür überlassen. Oder mindestens einen. Er hätte mir einen Menschen überlassen. Einen mehr. Ein Leben mehr. Ein Leben mehr. Einen Menschenstern. Für das. Ich hätte einen Menschen mehr retten können und habe es nicht getan. Ich habe es nicht getan. Ich habe es nicht getan. Ah! Das war's. Das war's.